In diesem Augenblick öffneten sich vor mir zwei Wege. Ein guter und ein schlechter. Ich muss einen Raubüberfall machen und das sofort. Ich weiß nicht, ob ich das machen kann. Und ich sagte mir, dass es wahrscheinlich besser wäre, den schlechten Weg zu wählen. Gehen wir? Das ist ja eine Wilde. Wo hast du die gefunden? Ich weiß nicht wo, aber ich hab sie gefunden. Aufs Geld. Das nicht glücklich macht. Bis dahin war ich immer allein. Jetzt hatte ich eine Familie gefunden. Der hat einen wunderbaren kleinen Arsch, ne? Aber die andere List hat einen noch schöneren Arsch. Lauf doch nicht immer geradeaus. Los, geh nach rechts, geh nach links. Ich verstehe dich nicht. Hör auf, was ist das? Jetzt nach links, nach links. Scheiße. Jetzt fühle ich mich mit ihnen wohl. Irgendwie beschützt. Ein Geschenk für dich. Das Ding, was ich da im Kopf habe. Es ist wie eine Sparbüchse. Da hast du Ferrari, Rolex. Die Dahmer ist eine Weltreise. Das Glück, Claudia Schiffer. Du hast alles. Alles vorhanden. Klasse. Da drin schlafen nachts nicht weniger als 100 Millionen. Du wirst reich werden. Reicher, als du es dir jemals erträumt hast. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017